L Kärsachir Leute und herzlich willkommen zu diesem Part von Wohler Strangst mit Melanie und erotischem Stöhnen Dinger knacken für Fortgeschrittene richtig geil So, erstmal der WebD wegschmeißen Gut, äh, schon wieder Achter, ja, weil, ähm, ja, im letzten Part hatten wir das ja so, dass es übelgeil gelaufen ist Ja, da dachten wir, wir packen jetzt Oh, äh, geht los! Ah, ja! Boah, ist halt geil Wir packen jetzt aus, haben wir gedacht Gleich erst mal ein Tag Prägung Ja, mit zwei In dieser Folge machen wir jetzt eben E-Film 70 und, äh, ihr ist, wie hieß der noch? Ach, äh, sieben, genau Lass mir nicht zu Statt, ja doch, irgendwas mit Auto und Stadt Ach so, das hat da noch bezogen, ich versteh' dich jetzt, ey! Aber schön auf der Straße fahren, ne? Wie auch sonst? Immer Schön auf der rechten Seite Weil die Straße auch breit genug ist Ja, ja, ist sie wirklich Zumindest für mich Ja, das könnte... Immer schön unter 40 bleiben 38, 39, perfekt Ich bin 40! Ich bin 40, Junge! Ich bin auch 40, Junge! Oh, jetzt nicht mehr Äh, ich... What the fuck? Recht abbiegen Ich hab grad Kettentreffer gekriegt Oh nein, die Kette ist beschädigt, hab ich ganz vergessen Aber das Haus hat dann gerne meine Drehung vollendet Ich kassier's mal in ne Kette, weißt du? So mir nix, dir nix Ja geil Aus dem nix So richtig kleines Kaliber Aber kennst du halt, wenn das so Piuu macht Ja, kenn ich Fand ich jetzt nicht so cool Ja? Oh, guck dir das an, da sind die ganzen... Die ganzen leichten Panzer Oh ja Ja, ich... Ich juck mich jetzt nicht Ich fahr einfach durch Vor allem mit der Seite Weil mein Magazin ja auch so gerne hochgehen Da drehen wir erstmal alle sieben Minuten, ne? Dann mal los Genau, gehen wir spoten da vorne Das ist super Ja, bestimmt Ich bieg jetzt rechts ab und dann guck ich mal weiter ab, okay Ich bieg jetzt rechts ab und er bieg... Okay, okay, okay Planänderung, Planänderung, Planänderung Und hier die Planänderung tritt etwa so in zehn Minuten in Kraft Wenn mein Panzer sich mal gedreht hat Okay, hast du gedreht, das sind einfach zwei schwere Panzer Jetzt geht los Die hat zwei Okay, einen mach ich jetzt so Wo? Also ein Panzer, ne? Oh! Was? Okay, wo schieße ich hin? Ach, schade Auch ein Sidescreeping Ne, da komme ich nicht durch von hier Nein, das Wetter versuchen Warte, wo schießt man denn da am besten? Am besten unten Oder oben auf diesem zweiten Auf den semi-sekundär Turm da Ja Der Tiger prallt beim ab, ne? Okay, 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 ich muss hier raus Ich komme mal jetzt hier ein bisschen von der Seite Ah, ich glaube nicht, dass die durchkommen da links Ach so, du, ja Da ist noch ein Tiger Jawoll Von da kommt man durch, da Schön, 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 schön B9 Oh, 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 shit Was? Oh nein, und ich stand nicht angewinkelt Fuck Ich glaube, die wollen mal ein bisschen angreifen Ach, du Penner da Gescheinern Ladeschütze Jetzt! Was ist das denn? Und der hat meine Engine Oh, Gott Ja, falls der da eben gefragt hat, mein Video guckt Äh, mein Video, dein Video guckt Der weiß jetzt Bescheid Was? Ey, das gebelt doch nicht Ich ver... Zu 14, 2, 8, 9 Kannst du mal bitte angreifen, was machst du, oder? Ja, da hinten steht ein Tiger 1, wo unsere Art die gerade reingehauen hat Und? Hat der schon einen Schaden gemacht? Äh, ne Also? Aber ich habe einen Schaden gemacht Warum fährst nicht... Weil ich... Fahr mal vor Ja, weil der für mich seit... Fahr vor, Junge, bevor die da durchfraschen Wenn die durchfraschen, kannst du denen schöne Seitenschüsse geben Vielleicht denken die, du bist weg Oh, schöner Schuss Richtig schöner Schuss von dir Er ist abgebrollt Ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen Russen sind einfach OP Der KV4 ist durchgefahren, habe ich ja gesagt Den hättest du richtig geüben können Fahr mal raus, fahr mal raus Du kannst hier mit links reinsch... Okay, lass das Lass es einfach Oh, fuck, meine Kette Oh, shit, du stehst da richtig Richtig, richtig Richtig Freulich Richtig Der kann hier da richtig schön auf der Panzer rum Weil am vorigen hast du da ja diesen einen Winkel Der ist... Naja, hat er nicht getroffen Hat er nicht getroffen Hat er der Kette getroffen Du hättest den haben müssen, das ist ja aber klar, ne? Du waren wir schon, dass er nicht treffen konnte, der KV4 Ich hab doch gesagt, der ist durchgefahren Ich bin dann rausgefahren, wäre es direkt, wie ich hier sagt Hab dann jetzt den gekriegt Hier ist dreimal so, fucker Ja, genau, weil ich so viel machen konnte, war? Ah, sag mal, was willst du denn, du Spasti, ey? MT25, wo ist der? Ah, der ist schon tot, natürlich Level 6er, der meint mir jetzt die mir hier was zu sagen, oder wie? Perfekt, so was liebe ich, ja Ah, okay, erstmal in die Garage, oder? Gucken Warte, der beleidigt uns gerade Was? Der ist am Beleidigen Der meint aber nicht Doch, hä? Der meint dich Ich bin doch gar nicht durch DNBs Was ist mit dem Schluss? Ja Das ist der Das ist der Wörter 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 Gitarren Wörter Wörter okay erst kommt erst mal reporten wieder zurück ich werde es denn beschwerde beleidigungen provokation der bestimmt du warst die einzige ist drei oder er muss doch nicht er muss so wie er das war ein okay er meinte mich doch nicht egal trotz überleidigung ging und jetzt hier treibt bald ab hinten vom kubotten weil es bei spurt aber ich mag es gut der kv4 der 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 durch jetzt war raus und gibt ihn und reit der kohle der ist dies ist er ist jedenfalls 1 der hat erst mal russenstern auf dem rohr junger er läuft bei dem aber wir auch so ich glaube es geht los 400 erfahrungen 9000 plus kaum war die ganz gut das gewicht ja kann ich noch eins nachschieben oder ja ja jetzt läuft zwei selten aber geil da ist gut ist die ganze serie sie ist eigentlich relativ kann sich von jetzt nicht 25 also wenn sie präger geht der op ist dann ist es die 25 ich bin schon aber 50 das ist glaube ich auch gar nicht mal so ein verkehrtes ding ja da war glaube ich eine relativ schlacht und so recht richtig in erinnerung habe ich bin handy ich nirgf jetzt deine hoden richtig premium wieder heute das ist ja dann ist die 25 macht sich aus dem kriegen hallo amix 12 tonne schade alter hat sich den gerade drauf wir stehen hier richtig scheiße weil es jetzt schon alle artillerie system ist auch uns roten und auch alles andere und es geht los jetzt hier gerade erst mal hinter diesen scheiß hügel zu kommen ne junge ich war hier in der halle guckt dann mal wenn jeder drum rasch dann gucke ich mal was ich mache alles erkennen das war gar nicht knapp oder so und das war gar nicht mal so schön von denen alle zu kassieren so stehe ich auch ordentlich glaube ich bleibe ich stehe runter sehr gut jetzt schließen nämlich schön auf das dickste stück von meinem teil nämlich die vorderplatte vom turm die ist einfach locker 140.000 km boah junge du müsstest mein turm sehen alter der sofa mag schon wieder aber kein damage gekriegt zumindest nicht wie soll es sich jetzt gerade richtig und so die haben eine ohne empfiehlt er hat gerade schon auf mich geballert ja dann hat sie ein anderes ziel gerade jetzt lasst euch nicht rushen junge die rush die aber übel der komet der panther guckt nicht auch ich schwöre komm hier hoch ich komm da bestimmt hoch alter ich gucke jetzt erstmal dass ich da hinten bisschen der mensch raus aber damit hat hier nicht wieder so eine nullrunde wird ich bin gleich hinter den ich bin hinter den alter boah tiger und berge oder keine freunde oh das ist nur 125 ich glaube ich gucke mal ob ich vielleicht rushe weil ich weiß nicht bis da komme ich vielleicht richtig weiter vor boah pho opischer ich hab von hinten kommt glaube ich ok ok plan игра und das notiert der stelle ausschöder die erste verbrüge schließt ein auf mich diese große wirtschaftliche erzeitigen Tod die kamen alle über den berg geräuft Abgeprallt, Mama. So, jetzt hör ich nach... Gib mir einen Schuss, gib mir einen Schuss! Oh. Oder um der Kennerwohnen will man ein bisschen auf die Sack gehen, sagst du? Der hat mich gekriegt. Der kriegt jetzt erst mal eine. Recht mich. Ne, der ist mit Durian, hat mich gekriegt. Was war das denn? Alter. Aber wie einfach alle aus unserem Team, die mitgekommen sind, stehen geblieben sind. Scheiße, Junge. Scheiße, wo es mal in Reparatur geht? Okay, die haben jetzt eh fast treppig. Nein! Nein, nein! Gib mir einen Schuss! Boah, ich hab keine Premium dabei, halt, das ist Premium. Was ist das? Drecks, geil, oh, Alter. War einfach nur unreif, der wäre da runter. Ja, dann sitze ich schnell, warte mal. Er kommt! Ah, ne, doch nicht. Wow! Oh, er kommt. Er kommt! Ach, wenn er kommt. Der kommt! Lol, der kommt wirklich. Lol! Tut. Lol! Fickshot. Jetzt kassiert der. Jetzt kassiert der. Okay, wir haben kein gescheites Thema, kassiert nicht. T-34-85 mit so einer Minigun, ey. Lächerlich! Wie der Kenner wundert, einfach alles reißt, Alter. Ja. Panther 2 gönnt sich die Isu. Ja, das Ding ist nicht schlecht. Hat die Isu irgendwie was genommen, ey? Oh, die ist ein bisschen umzingelt, wirst du sagen. Obwohl, ich hab den irgendwie schneller in Erinnerung. Komm, jetzt mach, sauber. Außen fahren, what the fuck. Garage? Ja, oder? Ich glaub, dat Ding. Ja, keine Ahnung. Ich bin Garage. Ist eigentlich ne interessante Sache, aber mein Gott. War pissig. Ich... Ich... Äh, wie spät ist dat? Ne, warte. Ich hab die Taxi-Tüber, die sich keine Ahnung entschauen müssen. Wann haben wir angefangen mit dem ersten Ding-Match? Weißt du dat? Ich weiß dat nicht. Ich glaub, um... um zur vollen Uhrzeit. Also um sieben. Okay. Wir pa? Moment. Ejojo. Wir haben vorhin gewonnen, Fischer-Bucht. Ach ja, haha. Haben wir erst zugeguckt. Steht da nicht bei, wie viel Uhr wir das gemacht haben? Das stand da sonst immer bei. Was ist das denn, was jetzt hier? Warte mal. Ja, steht da. 19.06 war das zu Ende. 19.06 war das zu Ende. Ja, das sag ich dir. Wir haben zur vollen Zeit angefangen. Ja, dann machen wir jetzt mal Part Ende durch. Eben. Eben, eben, eben. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen. Bis dem nächsten Mal. Tschüss. Tja, tja. Uuuuh. اط